Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ Origins. Heute sind wir nicht alleine, sondern wir werden gestalkt. Sag mal hallo. Hallo. Ja, sag mal tschüss. Tö. Und er hört auf alles, was ich sage, das ist gut. Okay, ähm... Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment, sagt er. Gut, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Super. Und im Nirgendwo ist es doof. Gut, ich glaube, bei meiner ersten DayZ-Folge bin ich genau am gleichen Ort hier gespawnt. Äh... Ja... Ich müsste ziemlich am Arsch der Welt sein hier. Okay. Wollen wir mal schauen. Was haben wir denn alles dabei? Das ist kläglich. Können wir drin. Ja, drin. Gut, jetzt müssen wir erstmal einen Fahrbahn-Untersatz finden, damit ich zu dir stoßen kann. Äh, eine Frage. War das eine 25er-RPK? Äh, 75er-RPK? Äh, was jetzt? Ja, äh, Magazin. Für was? Ja, keine Ahnung, es ist für Muni. Also Muni. 25er-RPK. Ja, gibt's bestimmt. Aber ich weiß nicht, wofür. Ja, dann hab ich ja gefragt. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, hätte ja sein können. Ja, hätte ja sein können. Ja, klar. Hängt so ein, äh... Optiker-Ding, wo man die da mal kennen muss. Wir sind gar nicht mal so wenig Spieler. Ich bin gleich gefickt. Na, das sind doch schlimme Worte hier. Ja, sorry. Ich bin am Arsch, sagen wir mal so. Ah. Das Holz hole ich mal mit. Brauchen wir auch, wenn wir später einen Hus bauen wollen. Soll ich ja mal Reifen? Kann ich die Reifen aufnehmen? Gott, hier schießt einer. Der Mongo schießt auf mich. Ja, lauf! Ich will dir nix mehr tun. Lauf! Renn! Flie! Runniger! Okay, äh, das hätte ich jetzt nicht sagen können. Versteck mich jetzt irgendwo umbald. Also ich als schwarzer darf sagen, du darfst was jetzt. Ah, war eine Ausnahme. Du darfst. Ja, so rausgerutscht. Ja, mir war egal. Oh. Jetzt noch cool, weil wenn ich den Tüpp nur sein Auto abluxen könnte. Versuch mal, ihn zu umgehen. Äh, ich bin schon längst vor dem Weg gelaufen. Äh, versuch ihn trotzdem zu umgehen. Kannst ja zurücklaufen. Vorne steht der Zock. Er ist mir mit, er ist mir mit dem Auto hinterher gefahren. Oh, ja, das ist natürlich scheiße. Ja, ich bin jetzt irgendwo im Wald. Lag jetzt erstmal mein Zelt auf. Gut, da haben wir schon mal hier sofort einen vernünftigen Druckrucksack gefunden. Oh. So. Na... Gut, das geht mit dem Ziel. Holz haben wir auch. Das nehme ich aber noch nicht. Da brauchen wir nämlich noch nicht. Cola-Dosen. Holz dabei. Ja, gut, da wackelt einer. Da gockelt einer. Und ich muss die Mausentfindlichkeit mal hier ein bisschen nach unten stellen. Äh, Controls. Äh, hier heißt mal mal die Gegend, wo du gespawntest. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Das wüsste ich auch mal gerne. Das war... Bist du tot, oder wie? Äh, ne, ich fucken. Ähm, ähm... Irgendwas mit Berglandschaft, aber... Wie es wirklich heißt, weiß ich nicht. Äh... Hast du eine Map, oder so? Ja, ich hab zwei. Schick mir eine per SMS. Ne. Ähm... Das ist, glaube ich, relativ im Süden. Das schlägt. Äh, weil du wahrscheinlich relativ im Norden bist. Ja, genau. Ich kann hell sehen. Und im Dunkeln. Da kann ich auch sehen. Äh, höh, höh, ha, ha. Äh, höh, höh. Gut, ich hoffe mal, die Kojonis-Kriecher merken nicht, dass wir hier sind. Lack jetzt erstmal mal in Zeltung. Du hast da Kohle übersehen. Äh, ha, ha, ha. Ähm... Können wir hier ran? Ne. Jetzt würde ich mich nochmal fragen, wofür die Symbole oben am Bildschirmrand sind. Weil unten, äh, in der Ecke, die kenne ich ja noch. Aber... Also ganz unten, da ist, äh, die will ich getötet. Achso, das ist, weil ich tatsächlich, die will ich getötet habe und so. Ja, komm schon. Entwort, das ist der Hand-Mine. Was meint, äh, was, ähm, 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 Dingens, ne? Was bedeutet die Hand? Oder, äh, ist die... Warum wahrscheinlich? Ne, das hat mit dem... Ich weiß nicht, der hat einen Player getötet. Ne, ich glaub, das ist der Totenkopf. Ich meine, die große Hand. Vielleicht, wie viele Hände man gefunden hat. Wie viele abgetrennte Hände, das wird sein. Es geht jetzt in der Serie nicht mehr darum zu überleben, sondern abgetrennte Hände zu finden. So wie bei Black Ops. Äh, ne, wie bei... Ja, was für sein. Bei World at War. Uncut, kannst du die Hände sammeln von den Zombies. Cool. Aber irgendwie kann ich mein Zelt nicht aufschlagen. Böse Zombie, Zombie, nein. Weg. Das ist ein Pils. Echt? Wow. Mushrooms. Warum steht das Meer? Noch ist zum Meer. Äh, hä. Gut, das ist ein bisschen verpackt. Komischhäuser. Äh, 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 irgendwas in der Garage drin. Na komm, na komm, nein. Okay, wenn er das Meer sieht, dann ist er wahrscheinlich nicht so wirklich bei mir. Was, Alter, die Klippen. Leck, schreib gleich ins Wasser. Alter, wie schnell geht das denn hier runter? War auch nix. Ich will ein Auto haben. Wir haben vier Stück gefunden. Ja, du, aber... Äh, äh, ne, weiß Bescheid. Alle im Arsch, ne? Ja, siehste. Äh, da, da, da... Da sehe ich doch schon was liegen. Aber wir gehen erstmal hier in das Hütchen rein. Oh, ich könnte meine Macroft-Ging an M1911 austauschen. Das werde ich aber nicht tun. Ich hab nur G17. Ja, du hast nur G17. so will es auch immer in jedem besser sein als andere oder das ist schlimm mit dir ist so sorry leere Dose da findet man ja auch noch mal was anderes als leere Dosen so ziemlich genau sagen wo ich bin Lagerhalle ja das ist schön weil dann weiß wenigstens einer von uns wo ist und das macht schon mal lass mich lügen warte Taschenrechner 50% aus Prozent wo ich hingehe ohne Prozent ich mache übrigens immer den gleichen Ton wenn ich sie tue als würde ich mir was merken ich mache immer Prozent da ich mit auch ein ich hätte vielleicht den Timer an machen sollen jetzt muss ich kurz auf den Desktop gehen und schauen wie viel Speicherplatz in Europa da vorne ist geil da war ich was hin in 7 Minuten ist die Speicherplatz hast du noch 7 Minuten ich mache aber in 5 Minuten Schluss oh ich hab Blaupausen gefunden damit kannst Hüsa bauen oh ich hab ein Boot mit Geschütz gefunden bringt bringt das ist geil damit kannst du Leute schlagen Alter der Boot ist ultra geil aus oh ich höre ich dir sind fast also so ein selbst zusammengeschustert das mit so einem Metall umdrauch oh das sieht übel aus oh shit 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 aber ich hab ne vollautomatische Waffe gefunden und hier ist jemand bei mir ach du scheiße jetzt geht's rund jetzt geht's wirklich rund jetzt geht's rund ich hab auch noch zwei Schuss immerhin ich hab auch noch zwei Schuss immerhin ich hab auch noch zwei Schuss immerhin ob die Karre noch ganz ist hat ob er einsteigen kann vor allem weil die Räder von der Karre kaputt sind weil die Karre so tolle Räder oh Gott hier waren gerade Zombies aggressiv ich muss mich konzentrieren ich muss nicht nicht sterben muss überleben aber wo kann man jetzt hier einsteigen weil man ja hier einen Zentimeter hängen bleibt hinten bestimmt das ist nicht gut ja ich will jetzt nicht den Direct Chat benutzen komm YOLO naja die Karre hängt vor allem weil die Karre weil die Räder von der Karre kaputt sind sind ne oh ich hab mich jetzt nicht mehr sehen holy crap soll ich den Direct Chat jetzt benutzen? ja komm hello wieso ist die Karre kaputt? Mama Mama ich hab Angst Mama ich brauch meine Mama Mutti hat selbst gerade mal gesprochen? auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Server ja meine Güte ich will den Typen jetzt haben aber irgendwie auch nicht weil der wahrscheinlich schneller ist als ich aber wenn ich ihn habe dann ist er tot wir haben ja ein ganzes Magazin auf den anderen Typen geballert weil ich ihn vielleicht ein oder zweimal getroffen hab wenn er heranschleicht da ist er drin da ist er drin das glaub ich hier ist er drin das geht gar nicht anders ok wenn ich eingehe hast du jetzt ne Karte? nee ne aber eine Uhr und der läuft irgendwo irgendwo herum und den muss ich ich hab ein Blutrausch also mein Blut rauscht es sind dreue s segne wüttel vor neun hello ok letzte Minute aufnehmen jetzt ich hab eine Map gefunden das ist gut okay guck mal um bis zum bediener bisher so Prozent in der nördlichen Insel gibt es so eine Einkerbung du bist auch eine Einkerbung in die Kupo ja nördliche Insel Einkerung oben oder unten unten an dem Zipfel da bin ich meinst du bist jetzt ganz südlich was ja egal ja südlich und der Insel gut ich beende hier die Aufnahme aufgrund wenig Speicherplatzes und wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Daisy Origins auf Wiedersehen ciao